Mein Schiff, es gab einen Unfall. Wir haben eine Kreatur gefunden. Sie war sehr gefährlich. Wir konnten sie nur stoppen, indem wir das Schiff zerstörten. Ihr seid die Besten. Mir geht es gut. Ich sitze in einem Rettungsshuttle, irgendwo in der Weite. Wir mussten die Nostromo zerstören. Was wir getan haben, wir konnten nicht riskieren, dass die Kreatur mit uns heimreist. Ich musste dich beschützen. Mach, mach dir keine Sorgen um mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich hab dich lieb, meine Süße. Danke, Atze. Oh mein Gott. Ähm. Ja. Oh. Jetzt wissen Sie Bescheid. Was? Nein! 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 Ich werde den Fusionsreaktor überlasten. Das wird den Reaktor in eine Atomwaffe verwandeln. Sie werden das Schiff zerstören. Und die Station. Ich werde die Spur dieser Kreatur zerstören. Rippley, das ist die einzige mögliche Rettung. Ich kann es nicht am Leben lassen. Alter. Ich werde es nicht der Firma überlassen, sonst geht das alles wieder von vorne los. Und sie steht da nur rum. Wir müssen das nicht tun. Hören Sie auf, Marlo. Marlo, bitte. Sie haben gehört, was Ihre Mutter getan hat. Sie hat das verstanden. Wenn sie hier wäre, würde sie mir helfen. Sie würde der Firma ganz sicherlich die Anschrift von dieser Kreatur geben. Dann hast du ja bald alle Trophäen, oder was? Ich bin kein Trophäenjäger. Ich weiß nicht, ob ich alle habe. Wir sind doch Überlebende auf der Station. Marlo. Aber nicht Forster. Sie war meine Frau. Ich habe sie geliebt. Und ich habe sie getötet. Jawohl. Mein Gott, du standst gerade schon da hinter ihm. Nein. Nein. Ich werde die Überlastung aufhalten. Sie müssen mir helfen. Gehen Sie zu dem Bedienpult. Alter. Öffnen Sie die Fusionssysteme, damit ich an Ihnen arbeiten kann. Was? Wir brauchen Strom beim Auxiliargenerator. Suchen Sie nach den Buchstaben A, O, X. Ich habe es gefunden. Boah, Alter. Ähm. Boah, 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 boah. Wow, wow. Alles okay, Taylor. Boah, ho, 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 ho. Boah, ho, ho, ho. Boah, ho, ho, ho. Boah. Es muss da sein, Taylor. Vertraue mir. Boah, da drin möchte ich jetzt nicht stehen, bin ich ganz ehrlich. Alter. Das Ding fliegt doch gleich um die... Hier wird's grad ziemlich ungemütlich. Was muss ich denn... Ah, hier. Oh. Alter, hier wird's grad voll ungemütlich hier. Nein. Ah, war richtig. Okay. Wir sind in einem atomaren... Ja, in einer atomaren Wolke sind wir zerstäubt worden. Ja, das war's dann auch mal eben. Kommen wir nicht weiter. Das Alien erwischt mich immer. Egal wo. Ja, du musst relativ vorsichtig vorgehen. Das ist einfach so. Weil sonst hast du echt Probleme. Und das Alien ist halt manchmal sehr, sehr unberechenbar. Time over. Voll übertrieben, was man da alle gewinnen kann. Ja, halt doch nicht fest. Mach fertig. Und jetzt? Was muss ich jetzt... Achso. Oh. Das Spiel ist sehr, sehr geil. Isabel Forever. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Boah. Oh. Boah. Nein, bitte nicht. Nein. 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 Nein, fuck. Fuck, 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 fuck. Wo muss ich hin? Boah. Ach du Scheiße! Jetzt haben wir doch tatsächlich gesehen, wie sie gestorben ist. Ich dachte, wir... Oh! Oh! Alter, ihr gebt gleich alles vor die Hunde! Oh! 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 Boah, Alter, das mit der Oculus Rift oder mit der Point Morphe? Oh, wow! Wow! Was? Was? Oh! Wow! Oh! Hilfe! 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 Ich brauche ein Taxi! Ich brauche... Oh! Ich brauche ein Taxi! Ich brauche ein Taxi! Jetzt sagen wir nicht, dass Alien kommt noch, dann fresse ich echt ein Wesen! Wow! Wow! Hilfe! Hilfe! Ja! 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 Geil! Nein! Fuck! Die Nachricht! Trophäe erhalten! Fuck! Die Olle ist gestorben! Ja! Mist, ey! Aber wie sie auch gestorben ist... Sieht hammer aus! Ja! Ist auf jeden Fall sehr, sehr geil! Ich habe natürlich keine Super-Eye-Speed-Internet-Leitung, die kommt aber bald, schätze ich mal Anfang nächsten Monat, werde ich endlich mal eine schnelle Internet-Leitung haben, dann wird auch in HD gestreamt, versprochen! Und, ähm, natürlich dann auch die Highlight-Folgen auf YouTube, wenn ich es hochlade, sind dann natürlich auch dann in HD, klar! Ähm, ja, besucht mich einfach mal auf meinem YouTube-Channel, Reflex.ger, oder einfach mal Werbung in den Chat schreiben, und da seht ihr alle Infos zur Let's Play Live Show! Also, immer Freitags und Samstags ab 20 Uhr, Ahmed1905, ich grüße dich! Hi! Willkommen zur Let's Play Live Show! Äh, wenn man es spielt, ist es noch geiler! Mhm! Ja! Adraya! Raya! 16.06! Ganz schön langer Ladebildschirm jetzt gerade, fällt mir auf! Dankeschön, Johnator! Also, da könnt ihr alles lesen! Mein YouTube-Channel, Reflex.ger, Ja, die Let's Play Live Show jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr nur hier, in der Suche einfach eingeben, so um kurz vor 8 LPLS, und dann werdet ihr schon fündig. Wenn ich nicht gefunden werde, dann liegt es meistens immer an Twitch. Ja, ich kann es leider da nicht ändern. Na, schauen wir mal. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Oh, vielleicht großes Finale doch heute! Speichern wäre cool. Wäre von Vorteil. Wo war der nochmal? Oh! 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 Hey, auf YouTube, auf meinem YouTube-Channel. Schaut einfach mal vorbei. Hi, Joker! Ich grüße dich! Willkommen zu Let's Play Live Show. Ich weiß gar nicht, wo muss ich denn hin jetzt? Ich hab gar kein... Ich hab gar kein... Ich hab gar kein Ziel gerade, ne? Kann das sein? Tatsache, ich hab kein Ziel. Ähm... Und jetzt? Moin, Grüße aus dem Saarland. Ja, schöne Grüße von Bottrop ins schöne Saarland... Im schönen Saarland. Oder zum Saarland. Sag mal, sag mal zum Saarland. Oder sag mal zum schönen Saarland. Weiß ich gar nicht. Ähm... Hi, Neon Green. Immer noch kein Ende. Englisch. Ähm, Mr. Glo... Glo... Globster? Globster? Mr. Globster? My English is not very good. My German is not much better. And I hope you have a little bit lucky in a couple of minutes. Here on the Let's Play Live Show. Every Friday and Saturday at 8 p.m. in German time. Und ich hab kein Ziel. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das ist ja dämlich. Wo muss ich denn hin? Hehehe. Vielleicht muss ich wieder zum Ganzen anfangen. Das wäre natürlich echt ein Flashback jetzt. Ähm... Bei Missionsende. Ladebildschirm speichert das Game automatisch. Ah, gut. Danke für den Tipp. Ich hab kein Ziel. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß partout nicht, wo ich hin muss. Das ist voll dämlich gerade. Hehehe. Das ist auch genauso wie die Leute, die mal auf die Trophäen... Hehehe. Auf die Trophäen immer rumjagen. Wenn es keine Trophäen gibt... Höhlen hat mein Leben keinen Sinn mehr. Hehehe. Ähm... Ja, auf jeden Fall müssen wir mal wieder machen. Klar. Joker. Definitiv. Müssen wir mal zusammen streamen. Klar. Ja, das ist... The Crew auf jeden Fall. The Crew auf jeden Fall. Ich werde jetzt einfach mal hier so... Mich so umsehen. Hm. Ich verspreche immer so großes Ende und dann kommt's nicht. Tut mir leid. Ich würde ja auch gerne das Ende sehen, aber... Anscheinend... Anscheinend möchte das Spiel noch nicht, dass wir das Ende sehen. Vielleicht darfst du jetzt machen, was du willst. Heißt No End. Du, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Welche Mission bist du gerade? 17 oder 18? Ich schau gleich mal. Kleinen Moment. Lass mich eben mich hier umsehen. Ich wollte sowieso hier mal rein. Oh, guck mal. Hätte ich von hier aus auch den Reaktor bedienen können. Ist ja selbe Bildschirm. Naja. Oh. Ah, da... Haben wir vorhin noch drüber geredet, ne? Die Rohrbombe. ...füßt eine Nachricht an alle Mitarbeiter des Siegsen Sicherheitsdienstes. Im Raumfahrtterminal kam es zu einer Auseinandersetzung. Waits schert sich nicht um uns. Mit sofortiger Wirkung wird kein Mitarbeiter des Siegsen Sicherheitsdienst seinen Dienst antreten. Wir trennen die Verbindung zu den Marshals und dem Rest der Station. Es ist an der Zeit, uns um uns selbst zu kümmern. Ich werde nach einem sicheren Zuflurtsort für uns alle suchen. Das Geld ist uns hier sowieso ausgegangen. Wir schulden diesen Leuten überhaupt nichts. Wir haben die Rohrbombe gefunden. Ja. Die Rohrbombe ist eine, äh... Brandvorrichtung. Eine Brandvorrichtung, die bei Aufprall detoniert. Die ist tödlich, äh... Für Menschen und Syntheten in nahe, näherer Umgebung. Und diese fortgeschrittene Version achtet viel mehr... Macht viel mehr Schaden in einem größeren Bereich... Ach, richtet viel mehr Schaden in einem größeren Bereich an. Als explosive Fallen eingesetzt, wird sie ausgelöst. Wenn sich Feinde nähern... Oder wenn sich Feinde in der Nähe befinden. Zehn Sekunden nach Platzierung erklingt ein Geräusch, das Aufmerksamkeit erregt. Ah, okay. Das Game ist sehr geil, auf jeden Fall. Ich bin ein Berliner. Ein Berliner. Schöne Grüße nach Berlin. Ähm. Ich frage mich, ich gerade partout, wo wir hin müssen. Wir haben kein Ziel, kein Objektiv. I have no Objektiv now. I don't, I think... I... I have no idea, where I'm going now. I have no... But I hear the alien. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Wir haben aber gerade gespeichert, ne? Stimmt, ne? Uhu. Ah ja. Ich werde jetzt mal trotzdem nochmal speichern, weil wir die Rohrbombe haben. Ich werde mal versuchen, nach unten zu gehen. Achso, und ich wollte gucken, genau. Ich wollte doch mal eben gucken, welchen, ähm... Kapitel ich bin. Ich bin gerade bei Kapitel... Speicherschansmission 16 bin ich. Damit hast du den Androiden gestern leicht platt gemacht. Ja, super. Da muss man auch einer mal sagen, dass er da ist. Das kommt davon, wenn ihr... Weil ich nicht auf die Karte geguckt habe am Anfang des Spiels. Ich habe ja gesagt, dass ich das Spiel ohne Karte durchspielen möchte. Aber es gibt so viele Sachen, die hier rumliegen. Da müsste man echt hier alles mal untersuchen. Alles. Mein Controller geht kaputt. Scheiße. Mein Stick, mein Gummi. Also mein Gummi geht ab... Ja. Vom Stick des Gummi löst sich auf. Und ist schon mein zweiter Controller. Das heißt, ich werde mir wahrscheinlich demnächst mal wieder einen neuen holen. Ah, der Speicherpunkt ist da hinten. Fuck. Shit. Äh... Was? Und wer es noch nicht getan hat, sollte Flexi einen Follower da lassen. Äh... Wenn... Hämmert Unterhaltung... Dann kann Flexi. Okay. Ja, dankeschön, Joker. Wie gesagt, Werbung einfach reinschreiben. Alle Infos zu Let's Play. Live-Shot und zu meinem YouTube-Channel. Und... Tja, wo müssen wir hin? Beste Warte machen kannst. Ja, die Aufsätze. Oh, hier ist eine Tür. Hier waren wir noch nie drin. Oh. Oh. Sind jetzt alle Türen offen? Kann das sein vielleicht? Dass wir jetzt überall reinkommen? Oh, eine Leuchtfackel. Und ein Tonband. Ich würde mich gerne verstecken. Was ihr kriegen könnt von allen, die euch in die Quere kommen. Ich habe im Wohnbereich eine Ecke gefunden, in der wir uns verschanzen und auf Hilfe warten können. Ich habe Leute beordert, die Lüftungsschächte zuzulöten und die Fahrstühle auszuschalten. Der Plan ist es, hier alles wasserdicht zu machen. Wir haben keinen Platz für mehr Leute im Zufluchtsort, aber wir können Raum für Nahrung, Medikamente, Wasser und Waffen schaffen. Wenn wir alle hier Leben durchbringen wollen, können wir uns kein Mitleid erlauben. Welche Tür ist das denn jetzt? Ach, die Tür ist das da drüben. Ach, diese. Ah, dann haben wir die jetzt auch offen gemacht, endlich. Okay. Wo kommen wir denn hier hin? Durch den Schacht. Äh. Hallo? Klettern. Ich habe keinen blassen Schimmer, was wir hier tun gerade, denn... Ihr seht, ich habe kein Missionsziel, nichts mehr. Ist es jetzt wirklich so, dass man jetzt echt selber das Raumschiff erkunden kann, wenn man möchte? Ja, aber wie ist es denn... Muss man jetzt alles erkunden, um dann das Spiel abzuschließen, oder... Oder wie sehe ich das? Weil das Spiel gibt mir jetzt auch keinen Hinweis irgendwie, was ich tun soll. Wieder da, nachdem ich mich selber gekickt hatte. Okay. Ach, hier sind wir jetzt. Ach, du Scheiß. Kacke. Ach, da hinten ist noch was, äh... Aber hier war doch noch ein Android gewesen, der hier rumlief, ne? Oder sind die alle tot? Ich glaube, die Androiden haben wir ja erledigt durch den Urknall, wollte ich jetzt gerade schon sagen. Hier hinten muss noch irgendwas sein. Muss doch hier, ne? Auf der Karte ist es doch hier, ne? Ja. Laufen wir direkt drauf zu. Aber wo? Ach, hier. Ausweiskarte. Ja, super. Toll. Einfach die Sticks von der Xbox nehmen, dann ist Ruhe. Also ich hatte immer ein Ziel, komisch. Ja, das wäre natürlich jetzt dämlich, wenn das jetzt ein Bug wäre. Weil du siehst, oder ihr seht, ich habe unten links von der, also von der Karte, unten links am Bildschirm steht Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Und die Karte zeigt mir auch nichts an. Ich kann tun und lassen machen, was ich will. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Es wäre echt dämlich, wenn das wirklich ein Bug wäre. Light Guide musst du die Torrents kontaktieren. Die Torrents kontaktieren? Ja, bis später, bis später, Peter. Das sind alles sehr schöne Tipps und alles. Ähm Entschuldigung Aber Ähm Huch So, ähm Ich würde gerne ein Ziel haben. Ähm Ich gehe doch jetzt nicht weiter. Wohin soll ich, und vor allem, wohin soll ich weitergehen? Hi, cool man. Das Alien läuft da rum. Ich, ich höre es. Stimmt, die Torrents. Ja, wie kontaktiere ich denn noch mal die Torrents? Das war doch in diesem riesigen Raum, ne? Und irgendeinen Riccardo finden. Nein! Alter, wie dumm war das denn jetzt? Weil, kann ich doch nichts für, wenn der da den... Du hast Karies. Ja, du könntest auch mal wieder zum Zahnarzt gehen, ne? Alter, wie dumm war das denn jetzt? Okay, wir müssen auf jeden Fall die Torrents kontaktieren. Ähm Die Frage ist... Und irgendeinen Riccardo finden. Die Frage ist doch... Ähm Das war jetzt sehr geil. Ja, aber wo finde ich den denn noch mal? Hä? Was? 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 Wo? Was? Alter, geh weg! Geh weg, du scheiß Alien. Du stinkst. Du hast schlechten Atem. Und ähm... Oh du scheiß. Geh weg. Geh weg, 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 gehweg, geh weg. Alter, spielt weg. Richtung Norden zu einem Treppenhaus hat ein Metallgebiss Höchstens Rost Richtung Norden zu einem Treppenhaus Richtung Norden Dann sag mal einer auf der Karte, wo Norden ist Ich weiß, Norden ist immer oben, aber ich kann ja nicht immer nach oben laufen Wo war denn nochmal dieser verdammte Dings? Der war doch hier irgendwo in diesem Bereich Ich sehe es Nein Nein, 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 nein Geh weg Geh weg Alter, geh weg WD-40 WD-40 Alter, geh doch nochmal Geh doch mal wesentlich lauter aus dem Spind Das schaffen wir nicht Im Leben 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 schaffen wir das nicht Weil das L-Din hier hochkommt Hast du, die Tür haben wir ja immer noch zu, ne? Wir sind ja vorhin gestorben Ich weiß nicht, wo der ist Geh raus, der will nur spielen Der ist hier, der ist hier, der ist hier, der ist hier Nein, 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 du siehst mich nicht Nein, 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 nein Du siehst? Glaub mir was, äh, glaub mir verstecken bringt sowieso von nix Das Alien Found you, okay Ähm Dann schleift die Fresse nicht so Ah, Mann, ey Wo müssen wir denn hin? Okay, hier ist eh zu, hier kommt man eh nicht lang, also müssen wir ja nach drüben Wie lange zocke ich das Spiel jetzt schon? Seit Den vierten zehnten, den Samstag Samstag der vierte zehnte Zirka Zwanzig Stunden fast auf dem Buckel jetzt Und immer noch nicht durch Ich lauf aber jetzt hier ganz schön vor Schnell Ach ja In einem Monat ist ja auch schon wieder Weihnachten Tüdelü Ähm Tja, wo muss ich lang Ist die große Frage Ich werde mal den Fahrstuhl nehmen Ganz schnell Zum Zur medizinischen Personalabteilung Ist das richtig? Ich weiß es gar nicht Ich werde mal drücken Ich werde mal drücken, dass Alien kommt Boah Alter Sag mal wie lange geht das? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht Ich weiß selber nicht wie lange das Spiel geht Ich bin immer noch nicht durch Ich Das ist ja das Geile Äh, da laut Guide Hacken nötig ist Da muss eine verschlossene Tür sein Laut Guide Wo Hacken nötig ist Ja wo? Jetzt in dem Raum, wo wir gerade waren? Ich habe keinen Flammenwerfer mehr Ich habe alles verblasen Durch die scheiß Androiden gestern Die mich aufgeregt haben Die fucking Androiden Mann Gibt es denn sowas? Das Spiel ist geil, das ist sehr sehr geil Auf jeden Fall, lohnt sich Schau auf die Karte, das Ende ist geil Ja, hä? Jetzt bin ich wieder hier? Okay, also soll ich doch nicht irgendwo eine Etage wechseln Also muss es ja hier sein